Schauen wir mal, was Jansky so gezaubert hat. Das ist jetzt auch wild. Wir sind in der iRacing-Kategorie und gucken uns Jansky an. Naja, was soll schon passieren? Boah, Mabix macht Intro? Geil. Mabix macht Intro? Moin Moin Leute, Mabix hier und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge... Sascha haut Unfälle. Nee! Der Agent freut sich. Und wir haben eine Giga-Strategie. Das ist noch nicht in Full HD? Ich wollte gerade sagen, darf ich das bitte mal in voller Pracht sehen hier? Na da los! Hat das recht, Vincent? Ja, 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 ja. Okay, kann man vergessen. Ich habe es schon langsam gemacht. Ich wollte mich hinter ihm einordnen, ne? Was ist denn das für eine Linie, Mann? Wieso fährt man denn da? Guck mal, ich muss auch noch auf die Strecke. Wie kann man so hohl sein? Ich verstehe es nicht. Oh, das ist ein Massen-Crash. Das ist ein Massen- Oh, ja! Ja, ja, ey, das könnte klingeln im Cartoon. Boah, Junge. Auf Barcelona. Ey, auf Barcelona hast du auch immer Verlass. Turn 1. Barcelona hast du auch immer Verlass. Once again. Das sind drei Tage. Ich gucke jetzt nicht in den Chat, das ist mir peinlich. Ja, ja. Okay, mach dir das. Ja, drück mich raus, ey. Alter, Crodonas hat aber nicht viel Glück gehabt die Woche. Oh Mann, ey, du bist doch besoffen, ey. Piss dich. Richtig Bodycheck raus. Also Crodonas, ähm, aus eigener Erfahrung, Sollte man eventuell nicht unbedingt ankündigen. Das hat mich schon mal 37 Tage Urlaub gekostet. Mit ganz viel Pech. Huch, es tut mir aber leid. Ja, was rutscht der denn so rum? Ja, ja, hallo. Oh, Crodonas ist aber auch grantig die Woche, ne? So ein bisschen. Warte, jetzt nicht. Hätte ich dazu gemacht, ne? Es ist doch schon wieder besoffen. Und noch einen auf dem Gewissen. Oh Gott, Crodonas. Ah, tippschelt. Oh, den dritten auf dem Gewissen. War nicht die Woche? Sein. Alter. Schieb doch wieder. Ja! Karma, du. Ich finde das mit dem Delfin so geil. Das tat gut. Ja, aber in 10 Minuten trocken. Ja, dann heißt es aber, dass es frühestens in 20 Minuten richtig trocken ist. Und dann könnte man... Ich würde mit dem Regenreifen starten. Nee, nee, nee. Ich würde mit dem Regenreifen starten, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Weil du kannst ja mir vorher das Auto übergeben. Ey, seid ihr sicher, dass es noch 10 Minuten regnet? Ach, Digga. Es ist leid, Rain. Ja, aber bis die Strecke trocken ist... Bro, soll ich jetzt... Würde ich Slicks fahren? Nee, ich würde es nicht machen. Digga, ich habe Slicks genommen. Hast du? Ja, Slicks. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung. Ich habe Slicks genommen. Es hört in der Einführungsrunde vielleicht sogar schon auf zu regnen. Oh, oh. Yo. Achtung, lass noch... Oh, 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 oh. Oh, hinter der Crash. Hinter der Crash. Junge, das kannst du da auch nicht jetzt nehmen. Pass auf, pass auf. Ist der Brett. Hauptsache erstmal nochmal einen Bremspunkt genommen bei Regen. Das war aber sehr optimistisch, Noah. Und ja noch mit Zwischengas. Achtung, da kommen ganz viele. Egal, egal. Wir kommen. Wir kommen, wir kommen noch. Ja, schau mal bitte sicher nach. Ja. Ja, warte. Komm, komm. Wolltest du dich aufs Gehen. Boah, wird das eine Aufholjagd, hoffe ich mal. Okay, das war die falsche Entscheidung. Glaube ich. Weil C1 ist so weit weg. Oh, hier ist ja noch mehr. Schon wieder mit Zwischengas? Ja, das ist ja. Die Unite. Digga, das kannst du nicht ernst nehmen. Ich bin jetzt hier und Flo ist jetzt statt Ziel. Die holen uns noch. Das kannst du auch nicht ernst nehmen, wenn er mich hier überrundet in einer halben Stunde und wir denken des Gigastrads. Und in neun Minuten regnet es eh schon wieder. Das ist die schlechteste Strategie, die wir jemals gefahren sind. Also wir sind, glaube ich, noch nie in schlechtere Strategie gefahren. Das ist das Schönste, wenn man die Erkenntnis dann hat, dass es auch nicht so geil ist, was man da eigentlich versucht hat. Und am Anfang denkt man sich so, ja, das ist also, nee, doch, das machen wir jetzt so, das klingt richtig gut. Wir sehen, kein passendes deutsches Wort dazu eingefallen. Habe ich irgendwas Neues eben entfunden? Nein, nein, nein! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich bin Martin mal abends da. Ach mann. Oh Gott, ne Kopf, der hat echt einen Schaden. Jungs, was macht ihr denn? Mann, du Pfeife, ey! Och, Mann, was... Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist einfach... Ich liebe es. Rücksicht nah beim Straßenverkehr ist einfach auch absoluter Quatsch. Was soll das auch? Ja, toll, danke. Toll. Bremst halt nicht, du Schwachgock, ey. Mann, ey. Versteht's nicht? Gelbe Flagge, fahr einfach weiter. Juckt keinen. Gelbe Flagge ist auch einfach nur optional. Das haben wir ja nur schon festgestellt. Diese Krise. Oh oh. Oh ja, ja, ja. He's coming. Wenn der dir jetzt einen aufm Kopf, hä? Was? Der dir jetzt einfach einen aufm Kopf. Was ist denn? Ich hab keinen Rückspiegel halt. Ich hab nur gesehen, dass da einer irgendwo offen war. Aber wir haben einen Glück gehabt, was er sicher nicht hat, Alter. LOL, Alter, der hört halt... Boah, was passiert jetzt? Irgendwas geht bei seinem Reifen ab. Einfach ein LKW. Ich glaub, der geht nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Warum stehen mir ja immer Leute hier entgegen? Habt der? Guck mich schon wieder gut an, sorry. Ja, da stand einer im Dipper. Einfach der Spotter hier. Eine Runde packen wir noch, oder? Wird auf jeden Fall knapp. Glaub ich. Ich hab mal in der Box liegen bleiben. Hab richtig Bock drauf. Ach du Scheiße, das wird echt knapp. Ich hab nicht drauf gedrückt. Nein. Ich habe das Gefühl, dass die Woche bei Crondonas nicht so gut war. Ich hab nicht drauf gedrückt. Ja, ich hab mich auf den Pitlimiter gedrückt. Mein Knopf, mein Finger war daneben. Fährt immer noch, fährt immer noch, fährt immer noch. Krass. Ja. Lassen wir das auch? Ich sollte wieder mehr Content machen. Nö. Oh. Wir haben noch zwei Minuten. Sind das jetzt zwei Minuten voll blätten? Ab heute mach ich eine 30-Tage-Porsche-Challenge. Ich hasse Menschen. Ich hasse alle Menschen auf L, wirklich. Du Blöder. Wirklich. Du wirst so ein... Hey, meine Fresse. Wie kann man eigentlich so dumm sein? Ja, also, ich mein... Barcelona Turn 1 ist gleichzusetzen mit Monza Turn 1. Ungefähr. Oder haben die anderen aber sehr gut aufgepasst. Wirklich, ich will kein Porsche mehr fahren. Das ist so ein Scheiß-Auto, Alter. Das ist unfassbar. The next take. Ja. Mechfefe. Willkommts. Einfach so. Macht Spaß momentan. Ja. 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 Moin! Das war aber ein kurzes Segment von Herrn Blätten heute. Das ist wirklich wild. Da ging's ab. Alter Verwalter, da waren aber auch schon wieder echt ganz schöne Raketen dabei. Naja, du, nachdem wir irgendwann mal Blätten für zwei Wochen nicht gesehen haben oder so, oder ich glaube ein bisschen länger, bietet sich das ja jetzt quasi an, dass Blätten doch relativ häufig wieder mit dabei ist, oder?